Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tomb Raider. Ähm, ja. Puh, ich bin gerade noch ein bisschen außer Atem, weil ich gerade ganz schnell rauchen gegangen bin, losgesprintet bin zum Rauchen. Und dann schnell wieder hochgerannt bin, weil ich schnell wieder aufnehmen wollte. Und ja, jetzt bin ich hier. Ach ja, äh, gut. Wir müssen jetzt Sam und so finden. Die anderen, um denen zu sagen, dass wir das Boot für etwas Besseres nutzen müssten. Der ist weg. Der ist auch weg. Nächster kommt auch gleich dran. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hier war doch eben noch einer. Da ist er. So, der ist auch weg. Okay. Muss der F-mäßig unterwegs sein und die alle hier wegrotzen. Der ist mir zu nah dran. Äh, zu weit weg meine ich. Muss ich jetzt von hier aus irgendwie... Den durch hinten weg schnitzen, aber das schaffe ich nicht. Kann ich hier irgendwie... Oh, okay. Okay. Okay, jetzt dreht sich der gerade um. Ich muss den da hinter weg schnitzeln. Oh, dann den, dann den, dann den. Bleib einmal stehen, bleib einmal stehen. Super. Super. Super, super gut. Okay. Okay, komm. Der ist auch weg. Super. Den hab ich auch. Perfekt. Oh, sowas liebe ich auch. So stealthartig unterwegs sein, Alter. Oh nein, nicht hoch. Okay, Moment. Kann ich da hochklettern? Na, ich glaub, ich sollte hier lang gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich den? Ja, kann ich. Okay, super geil. Sehr, sehr gut. Dann muss ich jetzt den da machen. Bleib mal stehen. Super. Oh, 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 oh. Der darf mich nicht sehen. Der darf mich nicht sehen. Shit. Oh, hier ist ein Wolf. Shit, 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 shit. Shit, shit, shit. Ich kann die nicht. Nein, ich hab doch. Drücke F. Dann muss ich im richtigen Moment F drücken. Was? Okay. Scheiße, ich hab da oben nicht gecheckt, dass da noch mehr waren als nur der eine da. Aber okay, dann müssen wir jetzt erstmal... Wer war das? Hier war das eine. Hier war doch einer, oder nicht? Oh, leih. Da ist doch einer. Okay, Moment. Ich muss mich mal hier unten langschleichen. Okay. Den dort. Den dort kann ich wegschnetzeln. Glaube ich. Nee. Nee. Ich muss... Die beiden. Oh, mein Magenknot. Okay, super. Super. Oh, dass das nicht... Oh, lol. Dass das nicht gecheckt hat? Okay, super geil, Alter. Die hab ich gut weggerätzt. Weggerätzt. Ja, weggerätzt. Genau. Weggeratzt. Geschnetzelt. Okay, ich weiß nicht mehr, wie viele Pfeile ich hab. Noch 22. Okay, das ist noch relativ viel. So, als nächstes muss ich den da hinten ausschalten. Dort ist, glaube ich, keiner. Ich bin, glaube ich, perfekt auf Kopfhöhe. Ja, perfekt. Super geil. Hier oben dürfte keiner sein, wie es aussieht. Ah, ich kann da hoch. Kann ich da hoch? Ah, ich glaube, das ist was, was ich später noch erkunden kann, sag ich mal. Da ist Wasser. Okay, das heißt, da ist auch keiner. Okay, jetzt kann ich hier erstmal langs Schniezen. Schniezen, ja. Was finde ich denn heute wieder für Wörter? Den hab ich nicht gesehen. Okay. Ich hab gecheckt, dass da ein Lichtpegel ist, aber ich hab einfach nicht realisiert, dass der das war. Dass der so nah dran ist, sag ich mal. Da oben sind noch mehrere. Können die sich mal irgendwie wegbewegen oder so? Komm schon, die sollen sich wegbewegen. Moment. Kann ich die vielleicht mit einer Granate wegböllern? Okay. Da kommt noch ein Wolf! Okay, ich dürfte alle haben. Groß Wildjäger hat schief mitbekommen. Okay. So, jetzt dürfte ich, ich dürfte jetzt echt alle haben. Cool. Ich dachte mir so, ich weiß, ich wusste jetzt nicht, wie ich die richtig wegböllern soll. Deswegen hab ich das einfach mal mit einer Granate gemacht. Das war jetzt nicht so das Schlauste, wie es aussieht, aber egal. Wir haben echt immer noch wenig Munition für die Schrotflinte. Leute, das ist doch total kacke. Komm ich da nicht hoch? Dein Ernst? Dein Ernst? Okay. Ich wusste jetzt nicht, ob die noch irgendwie weggehen werden oder so. Und ich konnte sie halt auch nicht mit den Pfeilen und Bogen wegbürsten, sag ich mal. Weil sie sind ja nicht weggegangen. Die hätten das locker bemerkt, weil die jeden beobachtet haben, so gesehen. Also jeder konnte den anderen sehen. Oder einen anderen sehen. Wodurch ich halt nicht unauffällig irgendwen mit dem Pfeil killen konnte. Von den dreien. Deswegen dachte ich so, ja, Granate macht am meisten Sinn. Zwei von denen sind ja auch nicht weggegangen. Hä? Ah Leute, das sind... Weg, weg, weg. Weg. Noch irgendwo einer? Ich glaube nicht. Doch, irgendwo ist noch einer. Da! Okay. So, dann hüpfen wir mal hier rauf. Und gucken mal. Wie kann... Muss ich das hier irgendwie... Dann drehe ich das damit. Ja, aber es kommt nicht... Ah, okay, okay, doch. Ich muss nur an die Stange springen. Okay, alles klar. Zack. Springen. Springen. E drücken. Supergeil. Das ist auch eine coole Sache. Ja. Das ist eine ganz coole Sache. Das könnten wir anzünden, aber... Ach, komm. Egal, was lag hier. Geocache. Cool. Ja, pa, 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 pa. Nicht runterfallen, Lara. Nicht runterfallen, das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. Okay. Irgendwie ist mein Rechner. Ich habe das Gefühl, mein Rechner hat nicht mehr so viele Spacken wie sonst. In den Parts. Könnte sein, dass ich es sogar wirklich mal mit 60 FPS aufnehme. Ich glaube zwar eher nicht, aber... Egal. Ganz viele Fledermäuse. Kann ich hier... Ja, hier kann ich lang gehen. Ich muss zwar den anderen Weg wahrscheinlich lang gehen, aber hier könnte noch irgendwas sein. Oder auch nicht. Okay, doch nicht. Alles klar. Dann gehen wir den anderen Weg. Dann gehen wir den anderen Weg. Uh. Mittlerweile ist es Tag draußen. Wow. So lange waren wir in dieser Höhle. Krass. Barackenstadt. Ich glaube, das Projekt geht doch noch ein bisschen länger als erwartet. Ich habe ja erwartet, dass das irgendwie bald vorbei ist, aber scheint mir nicht so. Scheint mir doch noch länger zu gehen. Alex, ich habe die ganze Zeit versucht, euch zu erreichen. Einmal. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat es übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Pass bloß auf dich auf. Klar. Ach, das ist die Stadt. Okay, jetzt sind wir wieder in der Stadt. Und... Bah. Ist wahrscheinlich hier rüber. Ich kletter jetzt einfach mal da rüber. Also jetzt klettert sie aber ganz schön schnell. Das kommt mir wahrscheinlich nur so rüber... Äh, so vor, aber... Naja, ja. Jetzt können wir gechillt eigentlich... Hier mal jetzt runterfahren. Jo. Ui, 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 ui. Ein bisschen Angst habe ich ja hier, ne? Transportgondel. Sind wir. Okay. Eine schöne Gondelfahrt. Laura, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe mir erst, das Boot zu reparieren, aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, sei vorsichtig. Die Lippen bewegen sich einfach so gut wie gar nicht. Ja, GG. Neuer Fähigkeitspunkt. Cool. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Was ist eigentlich, wenn wir hier... Okay, nein, ich will hier nicht runterspringen. Hier werde ich doch locker gleich auf Gegner treffen. Ich rüste schon mal den Feuerfeil aus. Okay, oder auch nicht. Wir müssen uns hier einfach langhangeln. Alles klar. Zack. Und rüberspringen. Nicht runterfallen, Lara. Jungchen. Ach, da ist die Treppe, okay. Oh, nicht schon wieder, Alter. Höhenangst incoming. Alter, ist das hoch. Aber es sieht auch geil aus. Es sieht echt geil aus. Ich muss sagen, das Spiel ist echt schön. Ich weiß nicht, mit was für einer Engine es gemacht ist. Keine Ahnung. Es ist schön. Klar, zwischendurch denkt man sich so, okay. Das macht Sinn. Aber... Ja, es ist echt zu ruhig. Geh weg! Wieso treffe ich mit den Feuerfeilen so schlecht? Was ist das? Okay, den habe ich. Okay. Und wieso brennen die nicht immer, wenn ich die treffe? Komm, jetzt aber. Okay. Okay. Stirb. Ach, komm schon. Das war schon eine Leiche. Ich pack da einfach nur rum. Komm schon. Guck mal, das ist wieder die Leiche, die rumspackt da eben. Ich habe keinen... Die haben gerade nicht getroffen. Okay, das war... Aim vom Feind. Ich stehe aber auch total offensiv, ne? Juck mich aber nicht. Mein Aim ist on point, ey. Bats! Nice! Hey! Und nicht schon wieder. Warum haben die denn über diese Geschütze? Ach du Kacke! Ich wollte noch die ganzen Leichen aufheben. Sag ich... Aua! Sag ich mal. Muss ich lang? Oh, warte mal. Okay. Ich muss einfach warten. Alles klar. Jeder, der seine Brüder tötet, muss sterben. Er tötet seine Brüder gerade selber. Ich kann ihn. Ich konnte ihn. Ich hätte ihn gerade eben so kennen können. Aber ich konnte nicht. Ach Gottchen. Alter. Alter. Alter! Das war gerade zum Beispiel so ein Moment, wo ich mir denke... Ups. Wo ich mir denke... Ja, okay. Das macht Sinn. Einfach mal eben zwischendurch die... Axt aus dem Nichts erscheinen lassen. Alles klar. Macht Sinn. Oh. Ich hab doch gesch... Hä? Loll. Das ist gerade eine geile... Mission. Mission. Was auch immer. Alles klar. Getroffen. Wieso haben wir nicht einfach gleich den Fluss genommen? Einfach runterspülen lassen zum Strand. Wäre doch viel sinnvoller gewesen. Ich hätte ihn eben einfach easy mit dem Granatenwerfer abschießen können. Das wollte ich sagen. Oh nein. Natürlich nicht. Ja, wahrscheinlich. Hm. Wo ist die lang? Achso. Hier. Okay. Einmal durchzwängen. Ja. Ist Matthias nicht mittlerweile tot? Ach. Wo sind sie jetzt? Ah. Oh. Wir sind schon an. Äh. Angekommen. Einfach so. Stumpf. Runterfallen. Und gerade wie eine Eins stehen bleiben. Sicher. Auf jeden Fall. Ich fahr mal hier runter. Runter. Hm. Ich will das hier alles halt nicht erkunden. Das ist mir so. Das ist mir definitiv zu viel. Das da hinten hole ich mir noch schnell. Äh. Dann gehe ich wunderschön zum Strand. Ich denke, die dürfen da unten sein. Da wo das blaue ist. Also wo der Rauch auch ist. Das schätze ich jetzt einfach mal. Und hier legt es wieder. Okay. Hier sind auch viele Sachen zum Laden. Denke ich. Viele Kleinigkeiten noch. Die ein bisschen Performance ziehen. Und ein Lagerfeuer. Schön. Da drin sind sie wahrscheinlich. Okay. Äh. Pumpgun. Waffen identifizieren. Cool. Sehr geil. Sehr geil. Okay. Greifen sie aus. Äh. Nachher sind sie tödlicher. Und können nahezu den Feind ausschalten. Okay. Cool. Können wir das nicht machen? Ach so. Wir müssen die Waffe auf Rang 3 haben. Okay. Können wir das machen? Wenn wir noch eins getan werden. Ach das nach. Okay. Nachladen beschleunigt. Ist schön. Was ist das? Was? Einen entzündlichen Substanz trägt. Oh cool. Das ist sehr schön eigentlich. Ja. Müssen die Waffe irgendwie fertig modifizieren? Wir haben ja auch ganz viel, Alter. Schüsse werden Schall gedämpft und ihr Schaden damit leicht verringert. Drückt sie zwei Schalldämpfer. Okay. Cool. Verringert den Rückstoß. Und ja, okay. Hiervon können wir halt nichts machen. Können wir hier noch irgendwie was upgraden oder so? Ach so. Das ist die. Hips. 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 Das haben wir noch nicht. Kostet 350. Das kostet 250. Ah, ich will eigentlich irgendwas mit der Schrotflinte machen. Können wir irgendwas machen? Ja. Könnten wir. Aber wir sparen einfach. Wir sparen einfach. Und wir enden hier den Part, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Na.